Willkommen auf Kini-Boo-Irgendwas. Hier soll sich entweder ein weiteres Artefakt oder ein weiterer Tempel befinden. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir den Hinweis von Wladimir gekriegt. Und ich glaube, ich habe immer noch die Kretze hier. Da müssen wir uns mal... Was haben wir denn für startet? Ich habe Lungenschaden und Erfrierungen. Das ist natürlich nicht so gut. Da holen wir uns mal unsere Hilfe. Und gucken mal... Lungenschaden... Ist das gut? Ist das gegen Erfrierungen? Ich glaube, ja. So, dann haben wir schon mal... Keine Lungenschaden... Äh, keine Erfrierungen mehr. Und was ist das? Ist das gut? Ich glaube, ja. So, und schon geht es uns wieder blendend. Yes, you need me. Äh, warte mal. Bevor wir losgehen... Bevor wir losgehen... Äh, noch die Ressourcen rüberwuchen. So, wie viel hat denn mein Schiff eigentlich noch? So, mal ganz kurz gucken. Nicht, das war irgendwann hier... Naja, es wird langsam... Nee. Hier, 1400 von 2266. Also, wir haben schon ganz gut Frachtraum. So ist es nicht. So, ehemaliges... Farmerlamm... Äh? Was soll man denn hier? Ich bin verwirrt. Wo soll man denn hin? Warte, was soll man hier? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Begib dich... Was soll ich da? Moment, ich muss mal ganz kurz... Ich habe gerade den Überblick verloren. Wir sind jetzt da. Wladimir hat mir Orte genannt, an denen sich seine Ansicht nach... Ah, Artefakte befinden können. Okay, also wir gehen Artefakte suchen. So, das ist meine... Meine Ion. Das ist meine derzeitige Lieblingsbuste. Woher rein? Oder wo soll man hin? Warte mal, was habe ich da gerade gesehen? Ein Varun. Hallo, Herr Varun. Oh, die schiebt zurück. Aua. Da oben ist auch noch so ein Ding. Nimm die Birne runter. Ach, oben. Hiken erwischt. Wo ist der Knilch? Komm runter da, lass den Murks. Vorsicht, das ist auch... Ich sag doch, hier sind Explosivfässer. Meine Gölte. Tja. Hene mene Wiste. Da ist einer drinnen. Wo ist der... Der A, kannst du da hinten gerne mal rufmurksen. Kritisch. Okay, ich glaube, ich muss an den näher ran. Moment, hab's gleich. Lass das. Nein, nein. Wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Warum ist er so rot hier? Da ist er. Leg dich mal hin. Genau. Ähm. Was für ne... Des bestien Jägers Boden Krug. Keine Ahnung. Was ist das? Nehmen wir alles mal mit. So. Bevor wir hier... Gehen wir erstmal hier gucken. Haben wir ein paar Leute erschossen hier. Was denn? Wer ballert denn hier? Krugrug. Kommen wir gleich. Müssen wir noch kurz hier gucken. Da steht mir ein Raumschiff. Was ist das hier? Krüscht. Ich glaube, wir müssen da rein. Kann das sein? Warte mal. Wo ist denn die neue Buste? Korrosiv. Auch Quinox. Ne, die Orion. Die wollte ich haben. Hallöchen. Ich probate ja keinen Lebensbalken. Wo ist er hin? Au. Okay. Ich muss hier raus. Wo habe ich denn von den Midi-Picks noch? Eins noch, ne? Super. Okay, wir gehen mal woanders hin. Nein, nein. Warte mal. Erst mal speichern. Nicht, dass wir das alles nochmal machen müssen hier. Guck, guck. Der Onkel ist da. Das ist die Bumme, alle. Warte. Moment. Was ist denn du los? Woran bin ich denn jetzt verreckt? Zum Glück kann man ab hier speichern. Ja. Der hat nämlich nur noch vier Schuss. Das ist natürlich nicht so pralle. Nein, mach dich weg. Wo ist er? Ja. Andere Bumse. Die Grendel. Ja, die hat noch genug. Ah. Ich habe ihn getroffen. Wat, wat, wat tut weh? Knalltüte. Das ist alle. Okay. Moment, wir machen mal kurz was anderes. Wir machen mal kurz folgendes. Wir haben ja noch hier Splitter. Ne, warte mal. Hilfe. Wir hatten noch diese Trauma-Packs. Wo sind die denn? Äh, Penicillin ist bestimmt auch toll. Trauma-Pack. Trauma-Pack. Hier, Trauma-Pack. Und zwar, ähm, Favorit B. Und zwar da. Ja, wo ist der Freak. Ja, wo ist der Freak? Hör auf zu ballern. Hinlegen. Kick. Kick. Kannst du in der Schleuse rumwuchsen, so viel du willst. Was? W-w-w-macht der Test das hier? Mach die auf. Ist der rausgegangen? Ich glaube, es hakt. Ich muss ja hin. Äh, ist der Falsche. Stirb doch mal. Herrschaftszeiten. Puh. So, des Veterans modernen Anzuges 2000. Oh, nehmen wir mit. Ist ja fast, ist ja fast aufregend hier, muss man sagen. Da haben wir einen Schmerzen, ey. Äh, wo ist denn meine... Wo Ryan? Schau, als allererstes machen wir hier mal den Scanner. Oh, warte mal. Manuelle P-Wellenanalyse. Höhlensystem legt nahe, dass mehr dahinter steckt. Aha, diesen Höhlensystem. Im Bereich hinter dieser Höhle erscheint eine tote Zone. Okay, okay, okay. Ich habe einen Bekannten bei Staud, der sich für sowas interessiert. Ich schicke ihm die Daten. Zumindest vorübergehend. Sie haben alle eine so hohe Abfindung erhalten. Okay, da sind das Personal losgehauen. Was ist Klunsch? Es ist wirklich wichtig, nicht zu vergessen, dass Klunsch nicht einfach ein Ding oder ein Prozess ist, sondern eine Lebenseinstellung. Aha. Klunsch steht für... Klumpenlunch. Hä? Aber es ist eigentlich eher eine Art Wildsicht. Klunsch beschreibt die Art, wie sich alte Säcke und faule Idioten schon seit uralen Zeiten ernähren. Der Schlüssel zu einem guten Klunsch ist ein Bindemittel. Was zum... Meistens kann man dafür Eier nehmen. Von Hühnern. Aha. Okay, ist gut. Wer nicht klunscht, den klunscht die Welt. Ist alles... Ja. Ja, ja. Klunsch. So, save. Wer nicht klunscht, den klunscht die Welt. So, der muss auf jeden Fall hier oben gemacht werden. Wer nicht klunscht, den klunscht die Welt. Das geht eigentlich nur hier, ne? Alles andere ist nicht machbar. Ja. Ja. Also, da. So, der hat den auf keinen Fall. Den auch nicht. Den auch nicht. Wer nicht klunscht, den klunscht die Welt. So, der geht gar nicht, oder? Doch, der ginge. Und dann ginge der wahrscheinlich, ne? Die... Ne, warte mal. Der und der. Die funktionieren. Wer nicht klunscht, den klunscht die Welt. So, gut, jetzt. Klicke dich wieder ein. Das geht da nicht. Angeblich nicht. Ich gucke nur gerade. Ich mach so ein bisschen Ausschlussprinzip. Wer nicht klun... Jetzt. 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 Das will keiner hören, Fleck. So. Wer nicht klun. Es tut mir sehr leid. So, das geht. Alles andere geht nicht. Also muss es ja der hier sein. So. Warum geht denn da keiner? Siepliziert mich. Ah. Okay. Irgendwie haben wir gerade... Haben wir einen versammelt. So. Das heißt, hier sind überall... Überall zu viel und der geht nicht. Okay. Dann müssen wir einen zurück machen. Rückwärts. Ah. Shit. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, ne? Okay. 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 Ich sehe das Problem. Ne, ich sehe das Problem nicht. Schau, wenn wir den nehmen, haben wir keine anderen mehr. Den können wir nämlich auch nehmen. Irgendwie, warte mal. Schau, dann hätten wir noch einen Zweier. Aber ein Zweier... Warte mal, dann könnten wir den vielleicht nehmen. Geht aber nicht. Schau. Dann hätten wir noch einen Dreier. Ein Dreier geht aber nicht, weil der da nicht hinhaut. Und wir können keinen mehr zurückgehen, richtig? Ah, wie ärgerlich. Ich habe es versemmelt. Aber dann ist es halt so. Ah, der geht auf keinen Fall. Es geht nur der, der und der. Ja. Der ginge nur da. Dann haben wir die drei, die aber nicht funktionieren. Dann haben wir den noch. Aber wenn wir den nehmen... Den könnten wir nehmen. Dann haben wir noch einen Zweier. Aber der passt dann halt hier nicht, ne? Ne. Ich habe es versemmelt. Ich habe es versemmelt. Das Problem ist nämlich, dass ich keine Dietriche mehr habe, oder? Ich habe mich da gerade vertan. Außenpostenschlüssel. Wo sind denn die Dietriche? Ne, wir haben tatsächlich keine Dietriche mehr. Ärgerlich. Gut, dann holen wir eben nur den blöden. Das ist fix nochmal. Das ärgert mich. Steht hier nicht irgendwo was drauf? Don't mix. Ne. Gut. Dann halt nicht. Ärgerlich. Aber da... Nix. Ich habe es versemmelt. Na, dafür finden wir halt das gute Toxin. So, aber... Hier muss ja irgendwo... Muss hier eine Höhle sein. Ist hier irgendwas? Nö. Ist das da? Nein. Halt. Ein Drucktank. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Was zum Henker? Wissen nicht, was die hier machen, aber... Es birgt merkwürdig. Gut, warte mal. Ne, was ist das? Das ist ein Forschungslabor. Oh, da kommen wir uns auch später drum. Irgendwo muss ja hier... Zugang zu einer Höhle sein, hätte ich jetzt gesagt. Da haben wir nochmal... Wenn er mir wieder was mit Clutch erzählt... Wir glauben, dass die Eigenschaft der Höhle Pilzwachstum ist. Was für eine Höhle? Oh, oh. Kreaturen beim Höhlen-System. Weiß nicht, ob ich die... Aufsuchen möchte. Wer liegt denn hier? Irgendwie konnte man hier auch Sachen hochheben. Ich weiß nur nicht, wie. Ah, so. Okay. Ähm, Kartusche... Alien Jerry brauchen wir nicht. Ich glaube, wo soll denn jetzt die Höhle sein? Ich habe so den Verdacht, hier ist sie nicht. Diese Kochstation. Gucken wir mal draußen nochmal nach. Hier ist ja augenscheinlich keine Höhle. Hi. Ist jemand anwesend? Sieht okay aus. Aber was haben wir denn da? Ähm... Modifizierte Breach. Oh, das sieht auch nicht übel aus. Reflex mit scharfer Munition. Vollautomatisch. Gib mal her, das stinkt. Ähm... Werden wir gleich mal ausprobieren, die Breach. Aber... Wir brauchen immer noch die Höhle. Jetzt haben wir hier eine Anzug-Werkbank. Ein Bohrgerät. Das war der lockere Trigger-Finger. Den habe ich hier erschossen. Super. Hier ist aber auch keine Höhle. Das für ein Ding Käse. Oh, kein Mensch. Das auf jeden Fall. Der hat doch gesagt, hier gibt es irgendwo... Oh, kein Mensch. Au. Er hat mich geblendet. Oh, warte mal. Moment. Wo sind die Grendel? Ist schon wieder getäubt. Warte mal. guck, guck. Was? Tut dir was weh? Will ich dir helfen? Ich helfe dir. Warte. Nee, nicht wegrennen. Warte doch. Du warte doch. Du bleib doch mal. Herrschaftszeiten nochmal. Nein. Herrgütigen. Nee, Rettungsachs brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Wo sind die Orion da? Ich suche ja eigentlich nur das Artefakt hier. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo ich jetzt gerade überall schon drin war, Das wäre mir unglaublich. Da unten waren wir noch nicht. Nein. Au. Ich habe mir gerade eine verbritzelt. Hier ist ja gar keiner. Kreditskartusche. Guck, guck. Nein, ist gut jetzt. Ich komme jetzt rauf. Und dann ist bitte Ruhe. Wo ist der hin? Hallo? Wo sind die hier hin? Wir werden schon wieder kommen. Ähm. Vermute ich. Hier ist aber auch nichts. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ich habe da so meine Zweifel. Security access. Start ist geschlossen. Tür öffnen. Ist die jetzt offen? Tür ist geöffnet. Abgeschlossen. Und... Ja. Dad, 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 dad. Was ist das? So, wir gucken erst mal da rein. Ich habe so den Verdacht, das könnte hier... ...bisschen haariger werden als üblich. ...bisschen haariger werden als üblich. Mütze brauchen wir nicht. Die ist verschlossen. So, ich müsste mir mal irgendwie... Warte mal. Ich müsste mir mal irgendwie... ...diesen komischen... ...Status... ...Achtung... ...Anzugsschutz aufgebraucht. ...Ach... ...Wir wissen, was das heißt. Okay, das bringt auch nichts. Okay, gehen wir mal da unten rein. Wer quatscht da? Helmständer. Shocktrooper. Arbeiter Grau. Brauchen wir nicht. Was haben wir da? Schalldämpfer. Eine Schottie. Warte mal. Hat die jetzt wieder Munition? Ja. Was ist mit dem Ding? Die hat auch wieder Munition. Und die Grendel hat auch wieder ein bisschen was. Aber nicht viel. Was ist denn nur los? Wir sind in der Höhle. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Und wie wir in dieser Höhle das Artefakt... Ne, stimmt noch gar nicht. Ist noch gar nicht Aufnahmesturm. Was ist denn das hier? Gravi Plus offen. Okay. Das gefällt mir hier nicht. Das ist die falsche Knarre. Warte mal, ich brauche die Orion. Wo? Da. Pritzel, Bratzel. Was ist zum Zerschießen? Nein. Komm, nimm die Birne raus. Da ist eine Waffenkiste. Wo ist der hin? Ich seh den nicht. Hat ihn durch irgendwo... Hier geblieben. Bleibt doch mal stehen. Danke. Schau, warte mal. Erstmal die Waffenkiste. Ne, ist gar keine... Ah, doch. Ist wohl einer. Ah, und ich hab keine... Verdammt. Schau, hier haben wir nix. Was ist das? Pharmazeutisches Labor. Brauchen wir nicht. Irgendwo ist der, weißt. Aber... Ha, ha. Hat ihm nicht gefallen. Hallo? Ne, wir machen erst mal den hier fertig, bevor wir uns hier... We shall feed your corpse to the great service. Was sagt er? Klang so russisch. Des Killers. Schwerer Teilchenzünder. Keine Ahnung. Kartusche. Nova Blast Disruptor. So, ich bin wahrscheinlich... Oh, hier kommt's. Geht's hier weiter? Was ist denn das? So, hier geht's nicht weiter. Dieses Gas, da ist mir unsympathisch. Hi, jetzt ist schon wieder irgendwas, ich hör's. Fragt mich bitte nicht, wo wir hier hingehen. Hier waren wir schon, oder? Da hat's irgendjemand zerrissen. Was? Eine letzte Wette? Ah, wir sind, glaub ich, da. Da. Ah! Moment. So. Blöden Dinger. Da. Gib mal her. Warte mal, was muss ich da machen? Gib mir das doch mal. So. Ja, das sah schon interessant aus. Finde, das Artefakt haben wir. So, jetzt müssen wir noch hier raus. Und da ich hoffnungslos überladen bin, nehme ich mal stark an. Ja, wobei nicht so sehr überladen. Warte mal. Ach so, das ist der, den ich habe. Was ist das? Der ist nicht besser. Was hat der für einen Wert? Steht da auch nicht. Komm, dann schmeißen wir das Ding jetzt hier hin. Oh, der hat 17.000 Wert. Okay, warte mal. Anzugkopfjäger. Was können wir denn noch wegschmeißen? Modifizierte Breach. Was haben wir da noch? Equinux. Was hat die für einen Wert? Gar keinen. 5.000. Komm, weg damit. Ablegen. So, bin ich jetzt leichter? Ja, jetzt kann ich mich auch nach Hause, jetzt kann ich mich auch teleportieren. So, das war das nächste Artefakt. Das heißt... Ich weiß nicht, was du hier machst, mein Freund. Auf zum Schiff. Ach, ich muss hier erst raus. Okay. Voila. Das war schon ein bisschen haariger, kann man sagen. Du siehst aus wie so ein Ding aus Prometheus. So ein hässliches Stück. Kann man mal einer sagen, wo ich hier rausgehe? Immer nach oben, würde ich sagen. Oben ist immer gut. Da ist noch so ein Vieh. Hier. Nein, nein. Der Onkel kommt gleich. Warte mal, kann ich mich jetzt... Du kannst während eines Kampfes nicht schnell reisen. Aber ich bin doch gar nicht im Kampf. Ich glaube, alle... Umgehen nie. Irgendwo muss hier noch einer sein. Was ist das? Gut. Okay, ich verdünnisere mich. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Verstärkung. Wo ballert da noch einer? Ist das da die Front hier? Ja. Los, weg hier. Hui. Hui. Haha, ihr könnt mir gar nichts. Keine Ahnung, wo er hin will, aber... So. Ich müsste in Sicherheit sein. Ja, sieht gut aus. So. Knarre weg. Licht aus. Und erst mal geguckt hier, ob wir nicht irgendwas hier an uns heilen können. Ähm, Gesundheit wird gerade aufgefüllt. Inventar. Ne. Fracht-Inventar. So, dann fehlt eigentlich nur noch ein... Ein Artefakt, ne? Sehe ich das richtig? Genre. Warte mal, bevor... Bevor wir das machen. Wir haben noch hier neue Waffen gekriegt. Und zwar... Einmal die modifizierte Breach hier. Die setzen wir mal auf den Favoriten. Und zwar auf irgendwas, was wir sowieso nie benutzen. Darf ich mal kurz die Breach ausprobieren? Das ist eine Breach? Warte mal, die habe ich doch schon, oder? Ja. Kann im Prinzip... Naja, wobei. Schiff. Fracht. Sonstiges. Alles Ressourcen, die können weg. Das lassen wir. Sonstiges lassen wir auch. Notizen lassen wir auch. Hilfe lassen wir auch. Werfbare Items. Kleidung. Äh, Rucksäcke. Da kann man mal ein... Ist der gut? Nein, eigentlich nicht. Also weg damit. Anzüge brauchen wir auch nicht. Zwei. Das ist Veteran. Modern. Ne, kann weg. Der ist aber irgendwie noch besser, ne? Schau. Waffen. Und die Ole Breach kann ehrlich gesagt auch weg. Die Urban Eagle... ...kommt auch mal weg. So. Jetzt haben wir wieder 100 von 145. So. Kannst du mal die Knarre weglegen? Jetzt aber. Wie wir uns das letzte Artefakt holen. Das müsste das letzte sein. Das seht ihr, würde ich mal sagen. Seht ihr beim nächsten Mal. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Bis dann denn. Euer Mr. Fleck. Vid. Machu. Tschüss. Tschüss.